Das Egegebirge ist ein bis etwa 464 Meter ü. N. N. Hohe Mittelgebirgszug des niedersächsischen Berglandes in den Landkreisen Höxter, Lippe und Paderborn im östlichen Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Name. Der Ausdruck Ege ist eine generelle niederdeutsche Bezeichnung für langgestreckte Hügelkämme bzw. Bergrücken. Sprachliches Gegenstück sind die Sieben, Siefen, Seifen. Bis ins 17. Jahrhundert trug das Egegebirge gemeinsam mit dem nordwestlich fortlaufenden Teutoburger Wald den Namen Ossning. Geografie Das Egegebirge zieht sich im niedersächsischen Bergland als Teil des oberen Weserberglands vom Südostende des Teutoburger Waldes bei Hornbad. Mein Berg im Norden bis zum Tal der im weit südwestlich gelegenen Rothaargebirge entspringenden Diemel bei Scherfede im Süden und damit bis zum nördlichen Ende des Sauerlandes. Es liegt rund 15 Kilometer östlich der Großstadt Paderborn. Die Nahtstelle zum nach Nordwesten verlaufenden Teutoburger Wald liegt direkt nord-nordwestlich der Lippischen-Welmer-Stot an der Silbermühle bzw. am Silberbach, der von Feldrom nord-nordostwärts nach Leopoldstal fließt. Nordwestlich des Tals liegt die Südostflanke des Kniebergs, der neben dem südlich davon, aber dennoch westlich des Silberbach als gelegenen Buchenberg zu den südöstlichen Bergen des nordwestwärts Gericht Eten-Teutoburger Waldes gehört. Von dieser Nahtstelle zieht sich das Eggegebirge in Richtung Süden unter anderem über die Lippische und auch preußische Wellen-Mastot, die Hausheide und den Bierbaumsnagel bis zum Hellberg bei Scherfede, das am Unterlaufbeginn der Diemel liegt. Zusammen mit dem Südostteil des Teutoburger Waldes bildet das Eggegebirge den langgestreckten und 2711 Quadratkilometer großen Naturpark Teutoburger Wald-Eggegebirge, besonders früher auch Naturpark-Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald genannt. Die Ausläufer des Eggegebirges, die sich teils jenseits der den Eggehauptkammbegleitenden Längstähler und Torkessel befinden, Grenzen im Nordwesten an die Säne, im Osten an das Oberwälderland, im Südosten an die Warburgerbörde, im Süden an das Tal der Diemel, im Südwesten an den Warburger Wald mit dem jenseits davon gelegenen Sintfeld und im Westen an die Paderborner Hochfläche mit Paderborn. Der Hauptkamm des Eggegebirges ist ein Teil der Rhein-Weser-Wasserscheide, während das Wasser der meisten Bäche, die an der Ostseite des Kamms entspringen, über Emmer und Nähte in die Weser fließt. Entwässern sich fast alle Bäche, die der Westseite des Kamms entfließen, über die Lippe in den Rhein. Berge zu den Bergen und Bergausläufern Im Eggegebirge und seinen Ausläufern gehören, sortiert nach Höhe in Meter über Normal-Null und mit nahen Ortschaften. Preußische Wellmerstod, auch Preußischer Wellmerstod, zwischen Steinheim-Sandebeck, Hornbad-Meinberg-Feldrom und Leopoldstal mit Eggeturm. Feldrumer Berg, Hornbad-Meinberg-Feldrom, Hausheide, Bad Drieburg. Lippische Wellmerstod, auch Lippischer Wellmerstod, Hornbad-Meinberg-Leopoldstal. Dübelsnacken, Altenbecken, Rehberg-Bad Drieburg-Langeland, Burg-Barburg-Bohnenburg, Warenberg-Barburg-Bohnenburg, Füllenberg-Bad Drieburg, Klusenberg-Bad Drieburg, Nadel-Barburg-Hadehausen, Steinberg-Bad Drieburg-Neuenherse, Bendenberg-Lichtenau-Kleinenberg, Mittellberg-Bad Drieburg-Neuenherse, Ochsenberg-Altenbecken, Trötenberg-Altenbecken, Oberer-Kleinenberg-Lichtenau-Kleinenberg, Neteberg-Bad Drieburg-Neuenherse, Zangenberg-Bad Drieburg-Neuenherse, Neuwaldsberg-Altenbecken, Schweinsberg-Bad Drieburg, E-Burg-Auch-I-Berg-Bad Drieburg, Hohlschenberg-Altenbecken, Paderborner-Berg-Ville-Bad-Essen, Reuterberg-Lichtenau, Keimberg-Altenbecken-Buke, Imkenberg-Lichtenau, Sommerberg-Altenbecken-Borgsberg-Altenbecken-Schwanai, Wartügel-Lichtenau-Kleinenberg-Kleiberg-Altenbecken, zu den Fließgewässern im Egegebirge und seinen Ausläufern gehören. Diese Liste führt von Nord nach Süd die Naturschutzgebiete auf, die den Hauptkamm der Ege betreffen und nördlich des Wäschebaches liegen. Sie liegen in den Kreisen Detmold, Paderborn und Höxter. Tourismus Das Egegebirge hat ein ausgedehntes Wegenetz, das zum Wandern einlädt. Zumeist über seinen Hauptkamm führt in Nord-Süd-Richtung als Teil von Hermannshöhenweg und europäischem Fernwanderweg E1 der 70 Kilometer lange Egeweg. Einer der deutschen Fernwanderwege seit 2004 ist er ein vom Deutschen Wanderverband zertifizierter Qualitätswanderweg. Sehenswürdigkeiten zu den Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten im oder nahe dem Egegebirge gehören. Bahnhof Altenbeken mit Eisenbahnknotenpunkt und nahem Altenbekener Viadukt in Altenbeken. Bierbaumsnagel, Aussichtsturm bei Borlinghausen. Bodostein bei Bad Drieburg-Langeland. Dicke Eiche, tausendjährige Eiche mit elf Metern Stammumfang bei Borlinghausen. Eckeweg, Wanderweg als Teil des Hermannshöhenwegs auf dem Egehauptkamm. Erdfälle und Dolinen an zahlreichen Stellen des Egegebirges. Glashütte aus dem Hochmittelalter um 1150 am Dübelsnacken. Kloster Willebad Essen, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Willebad Essen. Modell Bundesbahn im historischen Güterbahnhof von Bad Drieburg. Fürstenallee, historischer Abschnitt der heutigen Landesstraße 937, südlich der Gauseköte. Gedenkstätte Kloßweide, zur Erinnerung an fünf von ehemaligen Kriegsgefangenen am 20. Juli 1945 ermordete Deutsche, bei Bad Drieburg. Eburg, Ruine einer vor 799 n. Chr. Erbautenburg mit benachbartem Aussichtsturm Kaiser Karlsturm von 1904, bei Bad Drieburg. Preußische Wellmer Stoth, höchster Berg im Egegebirge, in den Gemarkungen von Hornbad Mainberg und Steinheim. Teutoburger Wald, direkt nordwestlich an das Egegebirge, anschließendes Nachbargebirge. Schwarzes Kreuz, bei Bad Drieburg-Lange Land. Verkehrsanbindung Durch den Egehauptkamm führen in West-Ost-Richtung gemeinsam die Eisenbahnstrecken Hannover-Altenbeken, Kreinsen-Altenbeken und Hervort Himmichhausen im 1632 m langen Rehbergtunnel. Im Bahnhof Altenbeken haben sie Anschluss an die Bahnstrecke Ham-Warburg, die im 2880 m langen Ege-Tunnel in Nord-West-Süd-Ost-Richtung den Gebirgskamm unterquert.